Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Oh, sorry. Das wusste ich nicht. Wir haben viel vorbereitet und sind bereit, gegen sie zu spielen. Was haben wir mit den Angriffen? Ich bin ein gefährlicher Spieler in der Japanischen Team. So können Sie uns das erzählen? Okay, ich mache das jetzt. Ich übernehme das jetzt. Ich bin ein Schritt für den ersten Match in the World Cup gegen Japan. Und zwar mit dem Fähigen Fähigen, die wir uns im Spiel hier sehen. ich komme hier bei Donaldn um den Skoro in den Kommentaren. Wir stehen im Zusammenbruch des Skoroes. Skoroes plus Goalser 1 consistently. Wir stehen im Spritz Freak mit den Skoroes. Wir sind ja noch mehr auf die Skoroes. Vielen Dank. Vielen Dank. Er hat es heute gezeigt. Er war sehr präsent vor dem Sturmzentrum und hat einige Abschlüsse gehabt. Daran werden natürlich Stürmer gemessen. Er ist in der deutschen Bundesliga. Und du kennst so viele japanische Spieler. Welcher Spieler ist der größte und gefährliche Spieler im japanischen Team? Können Sie uns darüber erzählen? Okay, ich übernehme das jetzt. Ja, natürlich von Eintracht Frankfurt. Kamada ist ein sehr guter Spieler, der eine Position hat, die für uns gefährlich werden kann. Er ist oft hinter den Spitzen und stößt auch vorne ganz in die Tiefe rein. Er ist sehr ballsicher und auch schwer zu packen. Er bewegt sich in gefährlichen Räumen und kann mit beiden Füßen abschließen. Er ist natürlich technisch sehr versiert. Dass viele japanische Spieler in Europa spielen, in der Bundesliga, auch in anderen europäischen Top-Ligen, ist es so, dass wir wissen, dass sie eine sehr disziplinierte Mannschaft sind, aber auch sehr, ja, fußballerisch versiert. Gute technische Spieler haben, die gut ausgebildet sind und auf jeden Fall auch Qualität haben. Darauf bereiten wir uns vor. Ich glaube schon, dass wir alle irgendwie in einer guten Verfassung sind, dadurch, dass wir jetzt natürlich in den Rhythmus gefahren sind in der Bundesliga, Champions League Pokal, bei dem wir alle viel gespielt haben. Und auf der einen Seite fühlt es sich komisch an, weil du aus diesem Rhythmus auf einmal rauskommst. Dann in ganz andere Konditionen kommst, die wir hier haben. Auf der anderen Seite natürlich ist es auch gut, weil du einen nahtlosen Übergang hast, direkt in die Spiele gehst. Was, glaube ich, für einen Spieler oder für jeden Spieler eigentlich immer besser ist, als eine lange Vorbereitung oder ein langes Trainingslager, was auch immer. Deswegen, ja, gemischte Gefühle. Ich glaube, sobald es erstmal losgegangen ist, sobald man wieder im Rhythmus ist, die ersten zwei Spiele durch hat, dann, denke ich, wird man sehen, wo es hinführt. Für mich ist es nicht wichtig, weil ich für Arsenal spiele, und wir spiele wie Schimila, wie Fake 9. Es ist nicht Fake 9, aber Gabriel Gelsis kommt in der höheren Position. Also, ich weiß, wie schwierig es zu spielen gegen Fake 9. Aber für mich ist es nicht wichtig. Wir haben viel vorbereitet, und wir sind bereit, zu spielen gegen sie. Und, ja, ich glaube, dass wir genug Qualität haben, um sie zu bauen, und wir sind bereit, um sie zu spielen gegen sie zu spielen. Chiago? 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 Ja. Chiago? 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 Nichts, ich weiß, nicht. Ich weiß nicht, ich habe nicht geboren. Das war's für heute. Die Diefenste Linie sind Kära, Süre, Rudiger, Raummö. Goretzka und Kimmikki sind in der Mitte. Die Diefenste Linie sind Sane, Musiara, Nyaburi, Havertz. 4-2-3-1-4-1-4-1-4-4-1-4-1-4-2-4-3-1-4. 正直なところ、南野がスタートから出ることはほぼフォアドとしてはないのかなというふうには思ってるんですが、 このサイトでは南野がスタートから出ると予想されています。 で、こちらが一番上にあるのが、ここ最近でのドイツ対日本の対戦になりますが、 一番最後に試合したのが2006年5月30日にドイツ対日本は2対2という結果で終わりました。 2004年の12月16日にも、こちらもシンゼンジアになるんですけれども、日本は3対0でドイツに敗れました。 で、下にあるのが今両チームのフォームになるんですけど、まずはドイツから見ていきたいと思います。 ドイツはネーションズリーグで1対1でハンガリーでアウェーで引き分けた後にフォームで5対2でイタリアに勝ちました。 その後、またフォームでハンガリーになんと0対1で負けてしまいましたが、その次の週にはイングランドと3対3と引き分けました。 で、ここ最近での、この11月のシンゼンジアではオマーンに0対1でアウェーで勝ちました。 で、日本の現在のフォームに関してなんですけど、まずはその7月には中国と0対0と引き分けて3対0で韓国に勝ちました。 で、あとは全部シンゼンジアになるんですけれども、9月にはアメリカ代表に2対0で勝って、その後0対0でエクアドールに引き分けました。 で、11月17日にはカナダに2対1で敗れました。 で、今回のスポーツフィークの予想は1対1で引き分けるのではないかと思います。 で、開幕戦ということで両チームとも負けられない試合になると思いますので、ドイツにとっても非常に難しい試合になるのではないかと思います。 まあ日本は守備的になり、ドイツにボールを持たせてカウンターを仕掛けるのではないかと思っていますので、日本はどちらかというとそのボールを持つことでよりかは、ボールを奪ってからの早い展開、早い攻撃を、早いカウンターを仕掛けていくのではないかと個人的に思っていますね。 で、こういう1対1という引き分けになると予想しています。 皆さんも下のコメント欄にスコア予想を当ててみてください。 もう一度リマンドとして、6月にはスコア予想ランキング1になった方にはユニフォームをプレゼントしますので、多くのスコア予想をお待ちしております。 いつも通りチャンネル登録と通知をオンにしていただければ、新しいコンテンツ、新しい動画をアップロードするたびに通知が届いて、その新しく投稿した動画を見逃すことはないです。